mit unseren Themen hier diese Woche. Und zwar gab es in iOS 14.6 so kleine Hinweise darauf, dass es wohl eventuell, vielleicht unter Umständen, ein Apple Music Hi-Fi, eine Option oder ein Abo geben soll und geben wird, wie auch immer. Und da wollte ich eigentlich mal jetzt gar nicht so drüber sprechen, also gar nicht über das Apple Music Hi-Fi an sich, sondern generell einfach mit euch mal drüber reden. Braucht man sowas? Ist das was, wo ihr sagt, also Kalle zum Beispiel jetzt, du bist ja Apple Music Nutzer, also jetzt sagen wir mal, jetzt kommt iOS 14.6 raus und Apple sagt, hier übrigens, du kannst jetzt Apple Music Hi-Fi nutzen, kostet irgendwie, keine Ahnung, zwei Euro mehr im Monat oder drei Euro mehr im Monat, was weiß ich. Voll gut, kannst du jetzt, also die haben das ja, die Dateien haben sie ja da, das ist ja quasi eigentlich nur, ich sag jetzt mal ein Abfallprodukt irgendwie für die, weil das ist ja schon da. Sie müssen es nur verwerten. Würdest du das nutzen? Wäre das was, wo du sagst, da bin ich interessiert dran, weil ich in höherer Qualität die Musik hören will? Oder nicht so? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also klar kann ich mir die bessere Qualität vorstellen, der Musik, aber warum sollte ich das nutzen? Weil ich kann ja Musik vernünftig hören. Also es ist ja, fühlt sich ja für mich richtig an. So erstmal mit normalen Airpods oder Airpod Pros und oder mit diesen Kopfhörern hier meinetwegen. Ich denke, diese Hi-Fi-Geschichte ist ja wirklich nur wirklich für für Leute, die die halt sehr laut und intensiv Musik irgendwie hören, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die das irgendwie anders konsumieren. Also ich brauche es nicht, muss ich ehrlich gestehen. Wenn sie mir jetzt dadurch noch mit mehr Inhalt einfach kommen würden, als Zusatz oder so. Das wäre nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber also ich kann ja nicht vorher, bevor ich das abschließe, das irgendwie vergleichen, großartig. Ich meine, klar, mit dieser, die machen ja auch oder andere, andere Amazon, glaube ich auch, ne? Amazon und Tidal ja von Anfang an schon. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, ich höre einfach nur Musik. So und ich bin da wahrscheinlich, was das angeht, auch ein Laie, obwohl ich selber Musik mache. aber ich glaube, das brauche ich nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht ist es halt auch, ne? Du sagst es ja auch ein bisschen, wie man die Musik halt konsumiert. Also wenn ich die auf dem iPhone höre, dann, äh, dann ist auch egal, ob die jetzt Hi-Fi ist oder, oder normal, äh, irgendwie eine 320-Kilo-Bit-MP3. Das kann mir ja dann tatsächlich egal sein. Oder auch auf den AirPods, obwohl die ja gut klingen und so. Und man vielleicht auch einen Unterschied hören würde, aber ich glaube, den Großteil der Menschen wird es eben gar nicht so, den wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen. Und die brauchen es halt auch gar nicht, weil sie gar nicht das Medium haben, um es zu konsumieren. Also auch, auch wenn man mir sagt, das hört sich dann lauter, ähm, über dem HomePod Mini besser an oder so, würde es mich dann trotzdem nicht wirklich interessieren, weil ich nie richtig laut Musik höre über ein HomePod. Also es geht ja nicht um die Lautstärke an sich, sondern um die, Ja, ja, das ist schon klar. Der, also, dass du mehr Höhen, mehr Tiefen, einfach nicht so komprimiert halt halt alles hast, wie du das jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hast. Nee, nee, äh, darum nicht. Aber man hört ja, wenn man die Musik leiser hört, hört man ja weniger den Unterschied, als wenn man die Musik laut hört. Da kommen ja die Unterschiede. Das muss ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das kommt wenig auf die Lautstärke, sondern eher mit welchem Mindset du halt dich auch, du setzt dich dann halt aktiv hin, um Musik zu hören. Also du hast nicht dieses passive Hintergrundmusikmäßige, sondern es ist halt aktiv. Ich setze mich jetzt nicht vor den Fernseher, sondern ich setze mich jetzt mit meinen Hi-Fi-Kopfhörern und meinem irgendwie 500, 800, was weiß ich, 1000 Euro digitalen Analog-Converter hin und höre mir jetzt das neue Album von, keine Ahnung, Künstler XY an oder so. Und ich glaube, da kann man, ehrlich gesagt, also ich habe mir zum Beispiel mal irgendwie so ein Video von Linus Techdates angeguckt, der halt auch so richtige Ultra-Hi-Fi-Kopfhörer getestet hat. So, ne, irgendwie so, ich glaube, irgendwie 1, 5 oder noch, ich glaube, wahrscheinlich sogar sehr viel mehr irgendwie. Und er meinte halt wirklich, du kannst das hören. Also wenn du das wirklich einmal gehört hast, dann ist es einfach eine ganz andere Erfahrung, die du da machst mit der Musik, die du hörst. Und entsprechend, ich meine, was kostet das Apple, das dann noch zusätzlich anzubieten? Ich nehme mal an, die Dateien kriegen sie eh in höherer Qualität, als sie die jetzt über... Das meine ich ja, die haben sie auf jeden Fall. Also die haben sie. Dann können sie das auch quasi zum Streaming anbieten für Leute, die, und wenn du dir überlegst, die Zielgruppe ergibt ja schon Sinn. So Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen finanziell besser situiert sind, sind ja eh so Apples Zielgruppe, die sie eigentlich immer melken wollen mit ihren Produkten. Und dann zu sagen, ja gut, hier noch HiFi Audio und dann holt ihr euch noch die AirPods Max und so. Und die, da haben wir dann so ein Spezialkodag zum Funken oder was weiß ich. Darüber kann man dann auch wirklich Wireless HiFi hören, was ja eigentlich eher verpönt ist. Und dann gib ihm so. Und dann verkaufen die bestimmt auch mehr AirPods Max. Ja, genau so bin ich halt nicht. Der wirklich da sitzt und Musik hört, um die Musik zu hören. Sondern ich mach immer irgendwas anderes. Oder immer nur auf dem Weg oder so. Oder arbeite halt nebenbei oder so. Deswegen konsumiere ich die so nicht. Aber genau aus dem Grund gibt's ja auch noch Leute, die Vinyl kaufen. Also das sind ja auch genau dieselben Leute. Die sich mit dem Platzspiel einsetzen. Beste HiFi-Vinyl ist jetzt nicht das beste Beispiel für HiFi, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderer Sound. Für Audio viele Menschen einfach, die halt einfach sagen, ich will das in einem anderen Spektrum hören. Ja, genau. Und so einer bin ich halt nicht. Deswegen denke ich auch nicht, dass das für mich so interessant ist, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn ich das höre jetzt irgendwo und das ist so überwältigend anders oder sowas, dann ist es vielleicht noch eine andere Sache. Aber das kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass es so ist. Ich weiß halt nicht, zum Beispiel Tim. Also jetzt kommt morgens Spotify und sagt, wir haben jetzt hier Spotify HD. Für, oder keine Ahnung, Spotify Ultrasound. Wäre echt uncool, wenn das heißen würde. Würdest du das abonnieren, wenn es irgendwie zwei, drei Euro mehr kostet? Nee, das wäre es mir nicht wert. Also ich höre, ehrlich gesagt, ich bin auch so ein ganz komischer, ich höre bei Spotify ja auch irgendwie eigentlich quasi nie nach Interpret, sondern entweder nach Stimmung oder nach Genre. Also ich höre einfach, keine Ahnung, so eine Playlist, wo es quasi um bestimmte Musik geht, weil ich das eigentlich eher so zum Hintergrund oder zu einem bestimmten Gefühl hören möchte und nicht unbedingt, um mir ein Album anzuhören. Also ich habe so wenig Alben mittlerweile gehört. Ich habe mir das, weiß ich nicht, ich bin da echt so richtig abgestumpft und höre nicht nur noch irgendwelche Genre- oder Stimmungs-Playlisten. Aber ich würde mal gern wissen, was so die Lieder sind oder die Genres bei den Plattformen in HD, die es ja schon gibt. Das wäre echt interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass so Leute, die viel Klassik hören oder so was, die sich wirklich hinsetzen und sich das reinziehen, dass da das schon eher geht, so was. Ja, Klassik auf jeden Fall. Also das wird nicht Mainstream-Pop sein, das kann ich dir mal so verraten. Ja, genau. Das ist es. Ich glaube aber zum Beispiel, dass bei Amazon zum Beispiel alle Songs. Ja, genau. Also es wird, glaube ich, meines Erachtens auch immer alles angeboten. Deswegen kannst du ja zum Beispiel Tidal, gab es ja auch mal drei Monate lang kostenlos oder so oder noch länger. Und dann hast du das halt einfach irgendwie als Alternative zu Spotify gehabt, weil die haben trotzdem den selben gesamten Produktkatalog, quasi so alle Songs, alle Interpreten oder den Großteil. Und bei einigen Genres, bei einigen Künstlern macht es halt mehr Sinn oder gibt es halt mehr Sinn, sich das in Hi-Fi zu gönnen und bei anderen halt eher weniger. Ja. Ich habe dazu sogar in einem anderen Podcast, im Apfelfunk-Podcast, kann ich dir an der Stelle einfach mal sagen, ist ein guter Podcast, kann man sich anhören. Die haben so einen Nebensatz, was gesponnen, was ich gar nicht so, also was ich mir echt für Apple auch vorstellen könnte, weil ihr die AirPods Max schon angesprochen habt, weil Apple hat ja nur das und vielleicht ein HomePod, der ja nur gerade irgendwie auch tot ist, wo sie quasi das auch nutzen könnten. Also woanders könnte man es ja gar nicht genießen, sag ich mal. Und wie gesagt, wer sich hier seine 120, 30 Euro AirPods irgendwo holt, dem ist das halt auch nicht wichtig, wahrscheinlich. Nun weiß man nicht, geht es dann vielleicht mit Airplay auf Airplay-Lautsprechern, dass es dann trotzdem in dieser Qualität irgendwie übertragen wird, dass man irgendwie vielleicht in Sonos oder so dann auf Sonos-Geräten das dann auch nochmal besser hören kann, könnte ja sein. Auf jeden Fall haben die gesagt, vielleicht ist es ja so, dass Apple das zum Beispiel halt eben an die AirPods Max sogar knüpft, also dass du das theoretisch auch nur bekommst, wenn du halt AirPods Max, also du gibst ja 600 Euro für so ein Kopfhörer aus und wenn du den dann aufsetzt, dann kriegst du halt diesen vollen Sound. Du musst vielleicht auch gar nicht mehr bezahlen, sondern das ist dann einfach so, du kriegst das dann halt, weil du halt das Abspielgerät hast, so ein bisschen wie Spatial Audio, das kriegst du ja auch nur mit den Geräten, auf denen es halt passt. Finde ich fair eigentlich, muss ich sagen. Könnte ich mir sogar wirklich gut vorstellen, um das auch noch ein bisschen so, ja vielleicht einfach ein bisschen mehr zu erklären, warum man sich vielleicht so ein AirPods Max den kaufen soll. Also warum, wir haben es ja nur gerade alle gesagt, also ich habe es jetzt nicht gesagt, aber für mich gilt es auch, ich bin jetzt auch nicht der Musikhörer, der jetzt hier sitzt und die Augen schließt und mich so zurücklehne, wenn ich Musik höre und gucke, wo der Sound herkommt. Dementsprechend würden wir uns natürlich auch gerne AirPods Max kaufen, deswegen sehen wir das ja auch nicht, 600 Euro für so einen Kopfhörer auszugeben. Aber das könnte so eine Art ganz kleiner USP natürlich auch irgendwie sein für das Ding einfach dann. Wenn sie das wirklich daran koppeln und vielleicht dann noch, wenn du, keine Ahnung, ja gut, wie gesagt, ein HomePod wäre jetzt irgendwie Quatsch, wenn sie das machen würden, aber vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen neuen HomePod oder so oder eine neue Soundbar von ihnen, was auch immer, dass sie dann sagen, okay, damit hast du dann halt auch, wenn du Apple Music benutzt, kannst du dann auch direkt noch mehr High Quality hören. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Oder sie machen es direkt, wie sie es quasi bei Filmen, bei Apple TV oder bei iTunes gemacht haben, dass du direkt 4K bekommst, wenn es verfügbar ist, auch wenn du sie damals beispielsweise nur in HD gekauft hast. Also dass sie das einfach vielleicht für Songs, die du gekauft hast, gratis machen so und dann ansonsten für eben, ja, Streaming, wie du gerade gesagt hast, eben, dass man das, wenn man sich den Kopfhörer kauft, dass man das dann irgendwie ein oder zwei Jahre gratis bekommt oder generell einfach quasi in Anführungszeichen for free unlockt. Ja. Ja, irgendwie sowas, ne? Also so in dem Dreh. Wäre ja auch tatsächlich besser für DJs, ne? Also wenn die es offen machen würden mal, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, das ist schon lange nicht mehr gemacht, aber für DJ-Programme direkter Zugriff auf Streamingangebot und das in Hi-Fi wäre schon cool, muss ich sagen. Aber da ist ja so eine Sache noch von wegen, wie das für die Programme offen gemacht wird. Da darf man ja per Programm nicht zugreifen, womit man abspielt irgendwie. Das ist ja so eine andere Geschichte. Tatsächlich bei wenigen, noch bei wenigen so. Aber für dieses DJ-Programm fürs iPad Ah, das kostet auch echt gar nicht wenig. Hab ich mir letztens runtergeladen, wie heißt denn das? Heißt auch einfach nur DJ oder so, ne? DJ, das kostet 20 Euro oder so, ja. Nee, das kostet nix. Und die haben ein Abo mittlerweile, glaube ich. Ja, ist das? Also irgendwie war das aber, hat es nicht wenig gekostet, so wie ich es in der Erinnerung habe. Und da konnte ich aber, glaube ich, meine iTunes-Mediathek mit verknüpfen. Aber ich glaube nicht der Stream. Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist, aber ich glaube DJ sind aber zum Beispiel die einzigen, die Spotify-Support haben. Also eine App gibt es auf jeden Fall, die Spotify komplett integriert hat, wenn man einen Premium-Account besitzt. Aber trotzdem brauchst du dann trotzdem immer Internet. Also das dürfen wir gar nicht vergessen. Ja, das ist klar. Du wirst nicht nie das runterladen können. Dann ist auch Unsinn irgendwie. Aber klar, für solche Anwendungsfälle, warum nicht? Also möglich ist ... Da stelle ich mir den Mehrwert halt vernünftig vor, ne? So, auf jeden Fall. Also ich bin da auf jeden Fall ähnlicher Meinung so wie ihr. Ich wäre da jetzt auch nicht im Game da irgendwie dann mehr Geld noch auszugeben. Obwohl ja Spotify jetzt wahrscheinlich auch noch mal teurer wird bei uns. Also USA ist ja schon teurer geworden. Da sind wir schon bei 18 Euro dann, glaube ich, für das Family-Ding. Also ganz ehrlich, jetzt hier ist nicht 100 Prozent, was ich sage, aber ich spiele wirklich mit dem Gedanken, wenn Spotify jetzt noch teurer wird, dass ich mir das ganze Apple-One-Ding nochmal durch den Kopf gehen lasse und dann irgendwie gucke, dass ich dann wechsle und dass sich das dann eher vielleicht lohnt sogar. Dann muss halt die Familie, die jetzt bei Spotify mit drin ist, müssen die halt Apple-Music machen. Ist halt dann ein kurzer Pain mal für eine Woche und dann hat man sich auch dran gewöhnt. Aber ich glaube, dann kommen wir wirklich so, weil ich 20 Euro für Spotify fast bezahle, dann kann ich auch 20 Euro für Apple-Music, Apple Arcade, Apple TV Plus und den ganzen anderen Schmuh, der da mit drin ist, bezahlen. Stimmt jetzt, wo du das sagst. Ich habe nämlich auch gedacht, so, ah ja, wird teurer. Gut, keine Ahnung, mache ich dann irgendwie auch wieder so über Türkei-Account oder so. Aber das irgendwie auch aufzuziehen, hatte ich dann auch nicht so richtig Bock. Aber ja, da wird Apple One dann mit meinen eh 10 Euro, die ich schon zahle für die 2 Terabyte, auch nur umso interessanter. Und dabei ist es tatsächlich so, dass nach Statistik irgendwie Apple Music am meisten an die Künstler abwirft. Also von... Das kommt noch dazu, ja. Naja, Apple schöpft ja auch aus einem ganz anderen Pot. Also die müssen ja nicht... Spotify nimmt ja nur das Geld mit den Abos ein, Apple ja nicht. Also die können ja ganz anders haushalten. Ich wollte einfach nur sagen, also ich hoffe, dass Apple Music nicht einfach teurer wird oder dass Apple One ein Abo... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn sie nicht was addieren, wird es auf jeden Fall nicht teurer und Apple Music sowieso nicht. Ich glaube, den Preis werden sie einfach halten, weil das kostet Apple kein Geld. So, das ist einfach Service, der fällt dann irgendwie so ab. Ja, so nebenbei. Aber ja, das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, vielleicht muss man sich das dann doch nochmal angucken, obwohl natürlich 19 Euro oder 18 Euro immer noch günstiger sind, als wenn sich zwei Leute einen einzelnen Account tun würden. So kann man das auch immer noch sehen bei Spotify. Und ich mag es ja auch und so. Aber es nervt mich halt auch... Also mit dem HomePod nervt mich wirklich langsam bei Spotify und auch diese ganze Apple Watch Geschichte und so. Dass sie halt das nicht freigeben, dass ich das über den HomePod auch ansprechen kann, die Musik und so. Das nervt mich wirklich. Das wäre auch immer noch ein Grund für Apple Music. Ähm, aber alles bei Zeiten. Wenn das wirklich mal kommen sollte, äh, jetzt gerade denke ich über Netflix nach, weil 18 Euro jetzt auch für so eine Netflix-Mitgliedschaft im Monat auch gerade ganz schön fett ist. Ähm, also irgendwann zahlt man ja nur noch für Abos. Dann kommen wir doch wieder an diesen... Kommen wir so ein bisschen wie bei den Amis an dieses ganze Pay-TV-Kabel-Ding, wo die irgendwie für jeden Kabelsender 50, 60 Dollar im Monat zahlen, um den gucken zu können. Äh, kommen wir ja auch irgendwann an. Ja, also es ist, äh, Wahnsinn, ja. Und wie gesagt, äh, dann nehme ich auch gerne Apple Music, äh, mit. Ist das eigentlich so? Ich will, es geht gar nicht um Apple Music HD jetzt nochmal oder HiFi oder was auch immer. Aber kann ja, also diese Familiengeschichte, du hast die auch, ne? Familien One. Family One. Ja. Oder wie auch immer. Ähm, äh, dann haben aber alle in der Familie Apple Arcade, Apple TV Plus und den ganzen Schmuh, ne? Ja. Ja, okay. Und, äh, iCloud teilen und so weiter. Ja, gut. Das ist ja geschenkt, 200 Gigabyte bei 5 Leuten. Wie gesagt, meine Meinung, das ist zu wenig. Ähm, aber das kann man auch nochmal aufrüsten. Ja, das ist, äh, jetzt habe ich gemerkt, so, ähm, wie die Leute das nutzen. Also man kann es ja einsehen, natürlich. Ja. Für wie, also für wem, wie viel drauf geht. Und, äh, ist ganz komisch, dass ich glaube, ein paar Leuten hier ist es gar nicht bewusst, dass es überhaupt, naja, das so viel haben. Wahrscheinlich nicht, ne. Wahrscheinlich nicht. Aber oft sind so Sachen, ne? Ja, die freuen sich, dass das nicht jede Woche aufploppt, dass die Bilder, dass es voll ist oder so, wegen der Bilder. Und dann ist es auch gut, also. Aber das sind alles so Sachen, ne? Dann, dass, das, da ist dann wieder dieses Blöde und da machen wir auch nochmal ein Thema oder eine Folge zu diesem ganzen Ökosystem, äh, Müssen wir, müssen wir, ja. So, dann denke ich halt auch wieder, okay, wäre schon cool, wenn ich irgendwie über Find My auch das iPhone von meiner Freundin finden könnte, wenn es mal weg ist oder so, oder das MacBook oder so. Ähm, klar, eins von beiden hat sie ja meistens noch da und kann selber gucken. Aber, ähm, so eine Sachen halt, ne? Dieses, diese, diese, so Kleinigkeiten, die dann so eine Family-Mitgliedschaft oder so ein Familienfreigabe-Ding, äh, dann noch mit einwirken, da, da habe ich dann schon doch wieder, aber ich denke, wäre doch ganz cool, da würde sich auch Apple One Family lohnen und vielleicht kommt ja da noch mal irgendwann was dazu, zu den 20 Euro oder so und dann ist das schon, ja, wird schon attraktiver, wie Tim gerade schon gesagt hat, umso teurer das andere wird, umso attraktiver wird es wirklich und bin mir ziemlich sicher, dass Apple den Preis von so einem Abo, also Apple hat ja noch nie irgendwie Preise, außer bei jetzt Geräten, aber so Services oder so, da sind sie ja recht konstant, was da die Preise und sowas angeht. Ähm, ich glaube mal nicht, dass sie da sich noch, wie gesagt, weil es kostet ja halt kein Geld. Sie verwerten ja irgendwie immer nur Sachen, die sie so bekommen, wie Games, ähm, und Musik, ja, zum Beispiel. Ja, aber wir gucken mal, also vielleicht wird es auch einfach eine gar keine kostenpflichtige Option werden, Apple Music HiFi, sondern es wird einfach geupgradet für Geräte, die es halt können. Dann gibt es halt, wie gesagt, irgendwelche Devices, die das hinbekommen und, äh, dann ist das so. Ja, kann ja auch sein und, ähm, müssen wir mal abwarten, was es dann kostet. Wir werden es, wir werden es vielleicht in 14.6 sehen, vielleicht ist es auch nur ein Vorgeschmack auf, äh, iOS 15 oder so, nur eine Vorbereitung. Das werden wir dann bei Zeiten rausfinden und dann sprechen wir auch nochmal drüber und dann gucken wir mal, ähm, ob wir Unterschiede hören oder ob wir keine Unterschiede hören. Zinnern.